Das hast du dargestellt, ne? Irgendwelche Nazi-Schwulen und so. Es geht gar nicht bad. Nazi-Schwule. Pass auf. Es wird richtig gefährlich hier in Deutschland. Du bist also jetzt ein Täter. Ein Impfling. Ein Täter-Nuss. Eine Täter-Nuss bist du. Eine Äther-Nuss. Eine kleine Täter-Nuss. Eine Gude-Nuss. Ja. Schön. Aber gut, dass wir uns wieder hier eintreffen. Zusammen. Ich bin gerade abgelenkt. Das ist okay. Ich glaube, wir müssen den Gold Open noch mal machen. Ich bin ja gerade... Ich dachte, es ist was Wichtiges. Lassen wir einfach trimmen. Wir sind transparent. Wir sind sehr transparent. Wir sind so transparent. Uns kann man durchschauen oder durchhören kann man uns auch. Und zwar eine ganze Stunde lang. Das ist ja der Wahnsinn. Vielleicht ein bisschen kürzer, weil Tito ist Knüller. Der ist nämlich heute aufgestanden, als ich ins Bett gegangen bin. Ich ziehe durch, Alter. Ich ziehe durch. Ich habe jetzt schon irgendwie neun Stunden Seminare hinter mir. Und ich glaube, zweieinhalb Stunden Zugfahrt oder so insgesamt. Ich bin am Start. Ich bin Wacken noch nie. Geil. Ich bin auch ein bisschen groggy. Ich mache nämlich heute Skateboard fahren. Ja, es war richtig geiles Wetter. Während du wahrscheinlich in irgendeiner Bude rumgehockt hast, war ich in der Sonne. Ja, ich war in dem Seminarraum in Eisenach. Peinlich. So, jetzt habe ich meine Hosenstelle aufgemacht. Jetzt kann es losgehen. Apropos Skaten. Ich hatte letztens ein Netzwerktreffen mit Streetworkern und Sozialarbeitenden in Thüringen. Und die haben ihre Projekte vorgestellt. Und fast alle machen irgendwie Skateprojekte. Tja, weil das halt cool ist. Skateangebote, aber das ist doch offenbar ein Ding. Das ist offenbar ein Ding. Was jammerst du immer so? Was jammerst du immer so? Es gibt doch hier nichts überall. Was heißt ein Skateangebot? Ja, und die treffen sich auf einem Platz und fahren dann zusammen. Cool, das ist ja kein Angebot. Zum Beispiel. Nee, das ist ja schön, dass es es gibt für die Anfänger. Das ist super geil. Aber wie wäre es mit einer Halle für den Winter? Hallo? Ja, aber die schaffen ja auch irgendwelche Skateplätze draußen und so. Was ist denn für Skateplätze geschaffen? Den muss man sich nehmen. Der muss einfach erobert werden. Der muss besetzt werden. Nicht nur Weimar, auch in Jena und in Weimarer Land und so. Wen interessiert denn Jena? Eigentlich gar keines recht. Ich nehme es zurück. Aber schöne Playstation. Ich bin leidisch. Oh, das stimmt. Das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Da steht so eine Konsole rum. Also manche stehen lassen vielleicht so. Da muss das jetzt so richtig reingerieben werden. Ich denke, nie irgendwas. Außer Essen kaufe. Und jetzt habe ich hier mal so eine Konsole stehen. Ich hatte nie eine Playstation 4. Das ist aber gar kein Shame. Ich sage nur, wer einen was haben will, der will immer mehr haben. Er ist eine PS4, er ist eine PS5. Also ich mache mir Sorgen um dich. Irgendwann gehen hoffentlich die Zahlen aus. Da hat das endlich ein Ende. Ein Kapitalist. Kommt die PS6 danach? Playstation 6? Oder gehen wir von einem anderen Namen aus? Keine Ahnung. Da können wir direkt heute an die Themen einsteigen. Weil diese Konkurrenzfähigkeit zwischen Xbox und Playstation, die wird vielleicht ein bisschen abflachen. Weil Xbox andere Pläne verfolgt. Und Wii? Ach Wii. Das ist ja eh außer Konkurrenz. Auf der Wii spielen ja immer nur Kinder, Autisten und Dumme. Ich muss auch sagen, dass mir auch die Wii und Wii U nie gefallen hat. Vor allem die Wii. Alter, kommst du jetzt an. Stimmt, die Switch ist ja die neue eigentlich. Ist so. Gibt es nicht sogar die Switch 2 schon oder so? Ich bin in diesem Nintendo-Kosmos sowas von raus. Das ist mir alles sowas von scheißegal. Ja, der einzige Unique-Selling-Point von Switch und so ist hier halt Nintendo. Das stimmt, der Entwickler ist der einzige. Nein, diese Mario-Spiele, die kriegst du ja nicht für die Playstation oder für den PC. Und sonst, ich finde die Konsole auch scheiße. Also ich habe auch eine Switch zu Hause, also Mio hat eine. Und ich spiele das ganz selten. Ich finde sie nicht so handlich, ich finde sie einfach nicht so geil. Alter, lass doch mal ein bisschen Mario Kart spielen mit so einem kleinen Stück Plastik in der Hand, was hier zerbricht in den Fingern. Das kann man auch vergrößern. Wir haben auch so Adapter dafür. Also so, wie heißt denn das? Ja, noch geiler. Kann ja richtig schön Lego basteln. Ich will ja auch nicht mit einem Stück Lego spielen. Ich will hier so einen ordentlichen Emmels in der Hand haben. Ja, gibt es auch solche größeren Controller für die Switch? Ich will ja auch nur haten, weil es Spaß macht. Wir spielen eine runde Mario Kart. Wir sparen die Katzen auch aus für einen Tag. Okay. Und eine Mario Kart Party. Komplett aus der Wohnung aussperren? Nee, also aus dem Zimmer, aus dem Wohnzimmer. Ja, also ich bin sehr verliebt in den Playstation 5 Controller. Der hat adaptive Trigger. Das heißt, wenn du einen Bogen schwannst zum Beispiel, dann macht der Widerstand da. Sodass es schwerer geht, den Knopf reinzudrücken. Das ist super geil. Was mich nervt, sind die Controller die Geräusche machen. Wie von der PS4 auch. Wenn ich jetzt Hogwarts Legacy spiele oder GTA auch. Ja, Hogwarts Legacy spielst du erstmal nicht, weil sonst bist du so ein Drextransphob. Ist so, genau. Und da kommen dann halt immer so Geräusche raus. Das kann man halt ausstellen. Und es leuchtet halt übelst bunt. Ich habe es nicht gefunden. Das kann der auch. Ich habe es nicht gefunden. Und das ist sehr geil, finde ich. Ich hasse das. Und du merkst anhand der Vibration, ob du über Sand läufst oder über Metall. Das ist super geil. Das ist okay. Ich meine, da sind Geräusche. Und auch, dass das Radio von GTA da rauskommt. Ich will das nicht raushören. Also, wenn ich bei Horizon jemandem einen Kopfschuss gebe, dann geht aus dem Controller so ein Sapschgeräusch. Das ist super geil. Das ist ja auch so. Nee, das will ich nicht. Abschaffen, Leute. Generell alles abschaffen. Aber da arbeiten wir ja dran als Menschheit. Wir arbeiten dran, natürlich. Wir arbeiten da so dran. Wow, wir können das in dieser vergangenen Woche sowas von feststellen. Wir werden euch das jetzt mal einordnen, was da schon wieder alles passiert ist. Und vielleicht auch ein bisschen die vergangene, vergangene Woche. Denn Tino, du warst ja... Ausgefallen. Du warst ja nicht da. Ich bin ein Impfling und ich wurde behandelt und habe jetzt einen neuen Mikrochip eingepflanzt und bin ausgefallen für ein paar Tage. Aber jetzt bin ich back in black. Das stimmt. Und bin wieder... Ich bin back in... Ungewohnt nicht black. Das stimmt. Das ist so eine... Wie heißt das? So eine Vintage... Das ist eine Klepto 91 Jacke. Und das ist, wenn ich die anhabe, weißt du, okay, es ist Waschtag. Ich habe lange, lange nicht gewaschen. Weil das ist wirklich die letzte Jacke, die ich anziehe. Die habe ich mal bei einem Skate-Contest gewonnen. Und Leute finden die immer super geil, aber... Seit 90er Jahren so ein bisschen, ne? Ja, keine Ahnung. Wie dem auch sei. Bei mir liegt manchmal die Wäsche so zwei Tage in der Waschmaschine, aber auch getrocknet. Da haben wir auch einen Trockner, den wir auch im Winter benutzen. Bei mir auch, aber nicht getrocknet. Aber das Gute ist, ich kann ja nicht riechen. Stimmt. Bei uns riecht es ja auch nicht, die Wäsche, weil wir wissen, woran das liegt. Aber irgendwie manchmal mache ich die Waschmaschine an und trockne und so. Und nach zwei Tagen fällt mir ein, oh, habe ich gar nicht ausgeräumt. Und dann räume ich die einfach kurz noch voller Arbeit aus. Schlimm, schlimm. Wir müssen noch etwas einräumen. Nämlich das Intro. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Einen saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir finden es wirklich ganz, ganz toll, dass ihr uns hier die Stange haltet. Das sind Sätze, die man sonst nur auf der Orgie hört. Aber hier hört man es auch. Ich finde es schön, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt, wenn es heißt, Torben und... Riccardo. Ja. Wir haben länger nicht diese geilen Kommentare gehabt von... Ich weiß leider gerade den Namen nicht von der Person. Dem fällt nichts mehr ein, Torben. Dem fällt nichts mehr ein, ne? Tornister und Ranzen. Tja, ist jetzt vorbei nach 200. Wie viele Folgen? 231. 231. Sind wir heute. Ja, wir haben kein Special gemacht. Wir haben kein Special. Deswegen habe ich auch überlegt, ob ich in letzter Woche... Ne, ich verrate es nicht. Das Special war kein Special zu machen. Ja. Ne, aber ich habe mir kurz ein Special überlegt und dachte aber dann, ne, ich heb mir das mal noch auf. Aber da kommt irgendwann mal was. Ah. Ich träume noch von der Live-Idee, dass wir den Podcast live machen. Ja. Vielleicht muss es ja auch keine Jubiläumsfolge sein, dass wir einmal irgendwie auf dem Theaterplatz oder sonst wo auf der Bühne sind und nehmen den Podcast live auf das Publikum auf. Kostenlos für alle. Machen wir. Cool. Viele andere Dinge sind kostenlos passiert diese Woche. Piraterie zum Beispiel. Piraterie ist immer kostenlos. Das ist das Gute dran. Wenig überraschend schreibt netzwelt.de. Videopiraterie wird immer beliebter und Netflix macht sich Sorgen. Och, und Netflix macht sich Sorgen. Och, das tut mir wirklich leid. Och, warte, hier habe ich ein paar Dollarscheine. Kannst dir ja schön die Tränen trocknen, Netflix. Wobei es sehen, der eigentlich ganz gut geht. Es gibt so Spotify zum Beispiel und Deezer, die können nicht so gut skalieren wie Netflix. Das habe ich jetzt nämlich gelesen. Weil Netflix zahlt ja quasi irgendwie pro Film, den die halt zur Verfügung stellen, irgendwie Geld. Und je mehr User, die haben, desto mehr Geld machen sie auch. Aber ihre fixen Kosten bleiben quasi gleich, wenn die die Filme beibehalten. Aber Spotify muss ja quasi pro Stream bezahlen. Das heißt, je mehr UserInnen sie haben und je mehr Streams sie haben, desto mehr müssen die auch Lizenzen zahlen. Deswegen ist ihr Geschäftsmodell nicht skalierbar. Die sind überhaupt nicht rentabel, Spotify. Und auch das Podcast-Game haben sie sich auch übernommen. Wenn man viel ins Bordell geht, hat man auch fixen Kosten, aber der Penis ist zum Glück skalierbar. So ist es. Deswegen, es war abzusehen, da wir das in der Plus Netflix alles nachziehen, man darf die Accounts nicht mehr scheren. Das ist doch scheiße. Lesben können dafür scheren, das ist doch gut. Das stimmt. Und deswegen sind lesbische Frauen besser als Drecks Netflix. Ja. Haben die überhaupt noch Angebot? Ich bin da länger nicht... Die haben immer ein gutes Angebot. Lass doch mal da gleich quer einsteigen, Tino. Das ist schön, wenn du das jetzt schon aufwirfst. Eine Streamerin. Extra Emily heißt die gute. Die ist lesbisch. Die hat auf sich aufmerksam gemacht, weil sie eine Liste führt. Die hat sie... Ich erwähne den zur Zeit echt oft. Der Hasan Abi saß da auch mit drin. Sie saßen so in so einer Viererrunde. Vier sehr große Streamer. Und dann erzählt sie so... Ja, ich habe hier so eine Liste. Ich habe so ein Spreadsheet in meinen Apple Documents, wo ich all meine Leute, mit denen ich je Sex habe, einkategorisiere nach Penislänge und wie es war kategorisiert. Und dann zeigt sie das so rum, also Millionenpublikum, und dann zeigt sie das so rum unter den anderen Leuten und kriegt sie Faustcheck und so. Wie findest du denn das? Nee, das ist irgendwie eine Kategorisierung von Körpern. Das ist Bodyshaming, finde ich nicht gut. Also wenn man irgendwie für sich privat eine Liste macht, ja, oder wie sagt, hier, ich führe das Sextagebuch, schreibe die Namen auf, das Alter, wie es dazu kam und wie es war. So gibt es eine Bewertung, würde ich sagen, naja... Und die Länge vom Penis? Das finde ich halt schwachsinnig. Das ist schwachsinnig. Das soll sie halt persönlich machen, privat für sich. Das soll sie machen. Wenn sie es halt so öffentlich macht, finde ich es nicht gut. Na gut, ich hoffe, wir müssen ja auch, dass du ein bisschen mehr noch in die Falle reintippst, weil wenn wir jetzt einmal wieder dieses tolle Gedankenexperiment machen und die Rollen vertauschen und uns vorstellen, da sitzen vier Männer, die darüber erzählen, wie sie die Vaginen von ihren Verlossenen da genau aufschreiben, wie groß die waren und welches Gripverhalten die hatten oder was auch immer, dann würden wir wahrscheinlich alle sagen... Gripverhalten? Naja, Lips that Grip, Alter. Ich lese schon mal bei Tinder jetzt. Bestes Gripsverhalten, Alter. Bums mit. Wie Grip-Tape halt. Du musst schubbern. Ne, wie dem auch sei, aber da würden wir zumindest sagen, das ist sehr, sehr, sehr strange bis creepy und das dann vor allem noch vor Kamera so, ja, guck mal, was ich hier mache und dann Leute so untereinander und das halt Leuten auch zeigen und... Mach's halt für dich deine beste Freundin vielleicht noch, aber... Oder mach's halt einfach gar nicht. Also ich hab auch mal aus Spaß eine Liste geführt, aber nicht live. Ja, mit Namen vielleicht oder was. Mit Namen, das war gezählt. Vor drei Jahren hab ich das mal gemacht so und war selber erschrocken, aber ich dachte irgendwie, das ist, das ist so wie cool, das mal zu sehen auf dem Blatt Papier, zu wissen, wem man so intim war und so weiter. Hab's aber keinem außer meinem Partner gezeigt so und aber so eine Liste zu machen, die öffentlich zu zeigen, ich weiß nicht, war ein Name auch erkennbar? Ich hab jetzt hier eine Liste, nee, also man hat es nicht in der Kamera gesehen, aber es geht ums Prinzip. Ich will es auch gar nicht so groß machen, du hast mir die Vorlage gegeben, aber ich mach jetzt mal hier so, ah, ich hab jetzt hier die Melanie, die hatte Nippel, die haben nach außen geguckt, die hatte eine ganz kleine Vagina. Dann hab ich hier Stefanie, Alter, da hat der eine Nippel nach oben und der andere nach unten und da hatte ich hier die Susi, Alter, die hatte drei Nippel, das war der Wahnsinn, Alter. Hab ich hier alles, guck mal, Tino, das ist doch... Findest du es nicht, äh, sehr, sehr nicht cool, wenn man mal diesen Switch macht? Wenn man die Person nicht kennt, ja, also wenn man die Person, stell dir jetzt mal vor, irgendwie, ich zeig dir jetzt hier mein Sextagebuch und hätte irgendwie drin stehen, wie, äh, weiß ich nicht, wie eng eine Person war, wie groß der Penis war und du kennst die Person darin, weiß ich nicht, von der Sinne, aber stell dir mal vor, ich hätte jetzt mit, äh, weiß ich nicht, mit, äh, mit Kalle geschlafen zum Beispiel und würde dir zeigen, hier, guck mal, übrigens da, das war sein Dick, hab mal aufgezeichnet und so und und er war eine 4 von 10, er war eine 11 von 10, ähm, ähm, das ist halt nicht, es ist halt scheiße, weißt du, weil du dann jemanden bloßstellt, wenn es anonyme Namen sind, irgendwie Steve ist, äh, hat, war zwei Meter groß, hat drei Nippel, drei Hoden, aber dafür auch drei Zentimeter und so. Ja, aber du, also das sind ja dann bekannte Persönlichkeiten und Steve guckt ja vielleicht dann doch auch ihr zu und sieht dann, ah, okay, ich hab, ich bin, ich ist ein Ranking, Alter, ich bin Schwanz Nummer 23 auf der Liste, weil ich relativ klein unterwegs bin, weiß nicht, finde ich auch doof, wenn das öffentlich gemacht, wie gesagt, wenn man, wenn es anonymisiert ist und man erkennt es nicht und sie sagt irgendwie, ich hatte jetzt vor drei Tagen irgendwie hier einen Steve gehabt und irgendwie war der mit so groß und es tat weh und hatte drei Nippel, das kann man doch ruhig mal erzählen, ich glaube, das ist, ich würde es okay, wenn das jemand von mir machen würde, anonym. Aber wenn die jetzt sagen, Tino Ranacher hier hat jetzt so ein Oschi und der ist nach drei Sekunden gekommen. Vielleicht habe ich mich auch zu sehr reingedacht, aber ich glaube, wenn, wie gesagt, umgedreht und ein Mann erzählt das, das wäre vielleicht Karriereänder gewesen wieder. Es wäre vielleicht, äh, würde man als Primitiv abstellen, glaube ich. Ja, und sie kriegt halt Faustcheck, so, weißt du, das ist dann, eh, egal. Hat es mit strukturellem Sexismus zu tun, es ist schon, hat schon seine, wir wollen uns mal nicht zu sehr mit solchen Lappalien aufhalten, weil diese Woche sind krasse, krasse Sachen passiert, der Nekrolog wurde eröffnet, also wirklich heftige Woche. Echt? Und natürlich, natürlich, das ist scheinbar an dir vorbeigegangen. Ein deutscher Schauspieler und Rapper ist gestorben. Ja, Nawalny zum Beispiel, ist mein Lieblingsrappin. Nawalny ist heute quasi gestorben, ja, das meine ich nicht. Aber, äh, das wichtigste Thema natürlich zuerst, Mr. Trashpack hat wieder ein Video hochgeladen, in dem er über News redet, ein Short. Ach nein. Geil, oder? Und worum ging's? Ach, irgendeine belanglöse Promi-Flash-Scheiße, keine Ahnung, ist mir egal, aber Nature is Healing, die News-YouTuber kommen zurück, die wollen unseren Job. Da fehlt doch Herr News-Time. Ja. Ja, Nawalny ist gestorben, das ist auf jeden Fall eine große Meldung, das war ein russischer oppositioneller Politiker, ähm, der quasi Kremi-Kritiker war, aber er war jetzt auch jetzt kein Feini, ne, er hatte auch irgendwie komische Ansichten gehabt, irgendwie homophobe und so weiter. Der ist jetzt tot, du darfst jetzt nicht mehr schlecht über ihn reden. Aber trotzdem... Das war ein lupenreiner Demokrat, das ist ein ganz Lieber, der hat alle Hunde gestreichelt, hat Hitler, glaube ich, auch gemacht und... Er war ein paar Ticken besser als Putin, kann man sagen, er war halt kremi-kritisch und was ist passiert? Es gab 2020 schon mal einen Anschlag auf ihn mit Nervengift, was er überlebt hatte und kam dafür auch ins Krankenhaus in Berlin, glaube ich sogar und kehrte einfach zurück nach Russland, weil er halt irgendwie kämpfen wollte für seine Politik, was viele als ein Todesurteil, ähm, abgestempelt hatten und so war es auch, kommen wir nach Russland zurück, gab es halt, äh, eine neue, neue Anklageverfahren gegen ihn wegen Extremismus und wurde zur Freiheitsstrafe verurteilt, also völliger Humbug und, ähm, war jetzt 2021 in Haft und ihm ging es immer schlechter und jetzt ist er verschwunden vor ein paar Wochen und weil er schon gemeint hat, naja, es dauert nicht lange, bis der aus dem Fenster rausfällt, so, es war nicht ganz so, aber er ist wohl angeblich umgefallen, also umgekippt einfach und jeder Wiederbelebungsversuch ist gescheitert und unsere Anteilnahme aus dem Kreml und so, kauft ihn nur keiner ab. Ja, alle surprised Pikachu-Face auf jeden Fall, äh, ja, äh, herzlich willkommen im Nekrolog, kann man da an dieser Stelle sagen, äh, gut gemacht und, äh, gut gemacht hat Putin natürlich auch sein Interview, was diese Woche alles überschattet hat, sein Interview mit Tucker Carlson oder wie Markus Lanz sagt, wie ich eben erfahren habe, Tucker Carlson, das geht nur richtig um, sagt er, er hat richtig getriggert, aber ich wollte mal kurz gucken, was der Herr Lanz dazu zu sagen hat, ähm, ein großartiges Interview, wirklich, also, hast du da Ausschnitte gesehen? Ich hab so, wie heißt denn das, so ein Skript davon gelesen, weil ich es nämlich angucken wollte und es war wieder eine reine Putin-Show, ne, also, das gab kaum kritische Nachfragen irgendwie, manche Themen wurden gar nicht angeschnitten, dann wurden Putins auch historische Lügen einfach stehen gelassen, ungeprüft, ich weiß nicht, solche Leute wie hier Tucker, Tucker, dass der nicht irgendwie ein Hürfungohr hat und so eine, so eine Rechercheteam-Background, die mal ganz kurz recherchieren könnten. Das ist ja nicht seine Müschen, also, das war noch nie seine Müschen. Nee, aber er ist ja nicht von Fox News rausgeflogen, weil er irgendwie doch nicht irgendwie pro Trump war oder so, ich dachte, er war so ein bisschen... Ich glaub, da ging es mehr um, um Geld oder so, ich weiß, also, der, der war nicht pro Trump genug auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass das letztendlich ausschlaggebend war. Und es gab in dem Putin-Interview auch eine, naja, ob es eine Lüge oder ein Versprecher war, jedenfalls sagte Putin, er hat mit Zelensky gesprochen und gesagt, ey, dein Vater hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft gegen die Nazis und du bist jetzt hier einer der Nazis unterstützt, was nicht sein kann, weil Zelenskys Vater ist 1947 geboren, also nach dem Krieg, zwei Jahre. Aber viele glauben, ja, das war vielleicht nur ein Versprecher, aber ob der Großvater von Zelensky jetzt im Weltkrieg war, konnte ich nicht verifizieren. Du rollst das alles viel zu seriös auf, Tino. Das war ein Fest der guten Laune. Die Memes haben mich äußerst erheitert, weil es geht los, dieses Interview, es wird erstmal so eine halbe Frage gestellt, so Richtung, hey Putin, warum hast du schlechte Laune und warum ist NATO schuld? Ja, also wirklich lupenreiner Journalismus auch. Aber dann fängt Putin halt an, aufzurollen. Ja, es begab sich eins im Jahr 1352 und so weiter. Das ist super geil und es wird halt immer mal wieder von Taka versucht zu unterbrechen und so, nee, wollen wir jetzt hier ein ernstes Gespräch machen oder wollen wir jetzt hier Kasperle-Theater und dann fängt er halt wieder an zu erzählen, ja übrigens, vor 300 Jahren ist das passiert und so und es ist großartig, die ganzen Memes darum. Ja, und hier sind dann die Aliens gelandet und da ist dann das passiert und so, haben mich herrlich amüsiert darüber. Und da sind aber natürlich auch so ein paar Sätze gefallen, wie irgendwie, ich glaube, hätte Polen damals den Deutschen einfach ihr Land überlassen, wäre alles viel besser geworden oder irgendwie. Also waren schon ein paar Augenroller dabei, sag ich mal, aber trotzdem äußerst amüsant. Er hat wohl auch gesagt, dass er an Polen kein Interesse hätte, ne? Also viele haben ja auch Angst. Ja, wer hat auch schon Interesse an Polen? Natürlich niemand. Wir dachten aber, dass Putin das hat. Das war ja auch so ein Argument zu sagen, dass man die Ukraine unterstützt, damit Russland ein Land aufgehalten wird und eben nicht noch irgendwie Finnland und Polen einnimmt. Aber Putin hat jetzt im Interview gesagt, man kann ihm auch vertrauen, das wissen wir ja. Er ist an Polen nicht interessiert. Aber er gibt wenigstens zu, dass es jetzt ein Krieg ist, ne? Das hat er ja vor zwei Jahren noch nicht gesagt. Das war ja nur eine Operation. Das ist ein Reinstolpern. Und wenn überhaupt, er hat mal Hallo kurz gesagt und er gibt wohl auch inzwischen zu, dass er wohl auch die Ukraine einnehmen will, ne? Also er hört erst auf, wenn die Ukraine ihm gehört. Das heißt, die Lügen vom Anfang sind inzwischen keine Wahrheiten. Und das sind die Goalposts, die sich verschoben haben. Aber es war ein großer Spaß, als er dann anfing, ja, die Grenzen von Russland damals, damals. Ich hätte jetzt hier mal so eine Karte vom Großdeutschen Reich. Aber du kannst irgendwann ansetzen in der Geschichte und alles hat doch mal allen gehört. Mal ganz ehrlich. Wo fängst du denn an, wo hörst du denn auf? Siehst du, in einer schönen, tollen Welt gehört uns allen doch alles. Na klar, keine Ländergrenzen, keine Kriege, keine Panzer. Aber so ist es nicht. Der ehemalige Präsident aus der Mongolei hat auf jeden Fall auch Ähnliches gemacht. Er hat gesagt, hier ist so eine große Karte. Genghis Khan war mal ganz groß. Aber keine Sorge, wir wollen das nicht wieder. Ein kleines, süßes Getrolle an dieser Stelle. Mike Schropp. Aber ich glaube trotzdem, unterm Strich hat Putin natürlich geholfen. Und vor allem auch irgendwie in Hinsicht auf Amerika. Ich glaube, an die war das gerichtet. Sonst wäre es halt nicht so ein Tacker gewesen, der da plötzlich rumsitzt. Aber ja, die Memes waren gut. Da gab es jetzt einige Vorfälle, auch bei Markus Lanz, als da Chrupalla wieder saß. Und er wurde auch unwidersprochen da einfach stehen lassen. Und durfte irgendwie Rechtsextremismus definieren, was er völlig falsch gemacht hat und so. Und ich weiß nicht. Das ist interessant, wie dieses unterschiedliche Wahrnehmen so ist. Also wenn man in die Kommentarspalte guckt. Ich habe da nur ausschnittshalber gesehen, dieses Interview von Chrupalla, was du jetzt ansprichst. Aber wenn man da reinguckt. Ja, das ist wieder klar. Da reden halt vier gegen einen. Und da ist ja auch ein Punkt dagegen. Aber wir wollen ja kein Force Balancing, ist mir auch alles bewusst. Aber das kommt nicht bei deinen AfD-Freunden so an, wie du es jetzt sagst. Dass da Chrupalla ungefiltert irgendwie stehen gelassen wird. Sondern, dass der da alleine auf einem kleinen Stuhl sitzt und von allen Seiten ausgepeitscht wird. Naja, aber trotzdem, die AfD-Fans verteidigen ja Chrupallas-Performances immer in den Talkshows. Und behaupten halt, er hätte Lanz gegrillt und hätte sich souverän gezeigt. Was nur zur Hälfte stimmt. Wenn man das mal neutral betrachtet, muss man sagen, ja, es war so ein Ping-Pong irgendwie. Lanz war nicht kritisch genug. Chrupalla hatte viele gute Vorlagen, konnte halt seine Lügen irgendwie stehen lassen unkommentiert. Deswegen sah Chrupalla nicht so schlecht aus. Aber wenn du dich ein bisschen befasst mit Chrupallas-Geschichte, mit der AfD und mit den Sachen, die er erzählt, weißt du halt, dass er halt lügt und dass es halt nicht stimmt. Aber so eine Oma Gerda, die halt vom Fernseher sitzt und Lanz guckt, die lässt sich halt überzeugen von Chrupalla. Oma Gerda ist schon Teil vom Fackelzug. Da ist Hopf und Malz verloren. Dann sag mal Tante Jutta. Tante Jutta, die guckt das bei Markus Lanz und lässt sich halt überzeugen, weil Lanz es nicht schafft, Chrupalla zu entzaubern. Und das schaffen die ganz, ganz selten, obwohl es doch so einfach ist. Entzaubern. Was ist doch so einfach? Du kannst die argumentativ eigentlich gut stellen, aber irgendwie gelingt das ganz selten in Talkshows. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Es liegt daran, dass die politische Landschaft noch nicht hügelig genug ist, aber dafür sorgt jetzt Mai. Ja, von Mailab. Die hat durch die Blume das Wort Partei zumindest erwähnt in einem neuen Video. Seit Jahren, glaube ich, hat die mal wieder ein neues Video hochgeladen. Da gab es eine Kontroverse für mich. Eine Kontroverse. Wobei sie sagt, es ist kein Funk-Video mehr und sie ist raus aus dem Game. Bei mir aber, bei meinem Fernseher stand ganz oben, dieses Video von Funk. Es kam auch keine Werbung. Es ist halt technisch doch nicht ganz einwandfrei zu laufen. Also offiziell läuft es wohl noch als Funk. Ach du Scheiße. Nein, Mailab, ich habe dich im Blick. Eine Regierungspartei sozusagen. Quasi. Ich habe es auch gesehen. Es wirkte, also erst mal dachte ich mir so, wir fängten die jetzt an zu reden. Du kannst nicht weitergehen. Die Regierung ist inkompetent. Ich dachte erst, oh, oh. Nicht, dass sie jetzt ihren Traktor rausholt und irgendwelche Geigen aufstellt. Aber sie meint es halt auf eine andere Weise. Und natürlich ist die Ampel zu kritisieren und die Regierung. Und sie macht es halt auf eine kluge Art und Weise. Sie nimmt das Wort Partei irgendwie, ja, in den Mund. Aber ich fand es nicht so eindeutig. Sie hat gesagt, sie möchte hier keine Parteienwerbung machen. Oder ähnliches. Es könnte natürlich auch sein, dass sie irgendwo beitritt, was ich für sehr unwahrscheinlich halte. Bündnis Wagenknecht, Alter. Stell dir mal vor, die machen da jetzt mit. Nee, ich glaube... Oder Werteunion. Und ich werde es jetzt eh botschen, aber es tut mir leid. Bündnis Mai Thi Nguyen Kim. Das geht doch... Das rollt doch so von der Zunge. Da macht man doch sein Kreuz. Wann macht das für eine Abkürzung? B... M... B-M-T-N-G-K. Ja, ist ja fast so wie bei Stefan Grabs, so diese ganzen... Na, sie hat ja eh schon dieses Think quasi. Dieses T-H-I-N-K. Ist ja schon Think. Das ist ja... Ah, nee, nicht Bündnis... Nee, das ist blöd. Ja, das war ja auch nur ein Spaß. Das macht die auch nicht. Bündnis Saga Wagenknecht klingt halt auch schon leider scheiße. Tut mir leid. Das ist mir zu sehr Führerkult. Ja, there I said it. Ich will keine Partei, die sich so sehr um eine Person dreht. Ich bin kein Fan von ihr, aber sie will den Namen nicht beibehalten. Das hat sie wohl nur gemacht für den Anfang, weil die Leute wissen, worum es geht. Aber die wollen wohl nach den ersten zwei Wahlen, jetzt Europa- und Landtagswahlen, wollen sie wohl das umbenennen irgendwie, Bündnis für Vernunft und Aufschwung oder irgendeinen Scheiß. Also Wagenknecht soll auf jeden Fall als Name rausgehen. Ja, also wenn sie hier irgendwie die Partei der Wissenschaft oder so dann gründet, dann können wir ja weitersehen. Das hört nicht. Du sollst dich lieber einer Partei irgendwie, weiß ich, anschließen, die eh schon da ist. Ich weiß nicht. Ich habe nicht, dass es noch eine Partei noch was bringt. Die YouTuber-Partei. Fünf Prozent, let's go. Ah, weiß nicht. Stell dir mal vor, alle Influencer Deutschlands schließen sich zusammen. Ja, alle werden das nicht machen. Von Mai bis zu Montana Black. Bis Dezember machen alle. Die sind alle sich einer Meinung und sagen, hier, wir müssen was machen. Sind sie ja nicht. Wir müssen was, die werden, da wird reingenötigt. Ich kann dir ein paar Zahlen und Fakten sagen. Es ist überfällig, dass da was reingenötigt wird. Denn Januar 2024 war der hotteste Januar aller Zeiten. Also, ne, seit wir das messen. Ne, hat auch geschneit, Robin. Kann nicht so heiß gewesen sein. Das sind lokale Wetterphänomene. Das hat nichts mit Klima zu tun. Mit 1,65 Grad über dem präindustriellen Durchschnitt. Ja, 1,5 Grad Ziel haben wir schon mal. Das haben wir eh schon. Also, das haben wir auch geschafft. Ich glaube jetzt glatt, dass wir ein Jahr über dieser Baseline von 1,5 jetzt drüber waren. Oh, nice. Es kann natürlich sein, dass wir auch nochmal runterrutschen. Aber wir haben es durchbrochen auf jeden Fall. Auch über Langzeit, nicht nur an einem Tag. Und der 31. Januar war der heißeste Tag des Monats. Und der hatte sogar 1,93 Grad über der präindustriellen Basislinie. Also, von der Vernunft her würde ich MyLab auch eher wählen als alle anderen Parteien, die es da gerade gibt. Aber ich glaube nicht. Also, ich calle, aber sie macht es nicht. Ich glaube, die macht was anderes als eine Partei gründen. Was denn dann? Vielleicht macht die eher sowas wie ein Bündnis oder so. Also, dass sie ja irgendwie sagt, sie animiert zum Wählen und macht vielleicht so eine Aufklärungskampagne. Welche Partei wie entscheidet und so. Das kann ich mir eher vorstellen. Aber ich bin offen für alles. Vielleicht macht sie es ja auch. Aber ich calle jetzt keinen großen Erfolg für eine MyLab-Partei. Dieses Pariser Abkommen, steht da irgendwas von 1,5 Grad eigentlich drin? Ich dachte schon. Hm, Mist. Dummlaufen. Das ist ja schwierig. Aber das sind so schwere Themen. Lass doch nochmal zurück zu Twitch kommen. Denn da ist das Scharmützel des Jahrtausends passiert. Das stellt alles in den Schatten. Das ging heißer her als der kommende März. Wer hat diesmal vergessen, die Kamera auszuschalten und masturbiert? Nee, Tanzverbot und seine nun Ex-Freundin Lola haben gleichzeitig gestreamt auf verschiedenen Kanälen. Haben sich frisch getrennt. Und das beide persönlich mit ihrer Community ausgetragen. Während der eine den anderen beobachtet beim Sachen und halt live reagiert, ohne das direkt zu sagen. Aber der Stream war halt offen. Und es war ein Fest. Es war ein Fest. Kann man sich auf sich reagieren gegenseitig? Ist doch in der Vorhinein sehr Dauerloop, oder? Naja, wie gesagt, das wurde nicht offen erwähnt. Aber Tanzverbot hatte ihren Stream so im Hintergrund offen, ohne das zu erwähnen. Und dann sagt halt der Chat so, ja, sie hat gerade das gesagt. Sie hat gerade das gesagt. Und dann so, was? Wie kann sie das nur sagen? Hä, das ist doch gar nicht. Und dann wird der Chat wieder bei ihr so, ey, Tanzverbot macht gerade dies und das. Hey, was? Und dann fängt sie an mit weinen. Und es wird übelst dramatisch, Alter. Oh nein. Aber warum gab es die Trennung? Also ist was passiert? Schwierig, schwierig. Angeblich kein Betrug, wobei ich in meinen ersten zwei Minuten Ferndiagnose darauf getippt hätte. Aber da sind viele Sachen im Hintergrund passiert. Und das war der Parallelen zu dem, was MCM wieder erzählt hat. Er geht feiern und geht dann lieber alleine feiern, weil wenn die zusammen feiern gehen, dann gibt es immer Streit und dann ist er alleine los. Und dann zu Weihnachten hat er lieber gezockt oder so. Nee, das ist ganz schwierig alles. Das ist keine Grundlage. Ja, aber dieses Phänomen, das ist doch schon wieder so eine boring Dystopie, dass da zwei frisch Getrennte vor ihrem tausende Zuschauerpublikum sich hinsetzen und das jetzt erstmal austragen. Die Frage war, wer hatte mehr ZuschauerInnen? Ich glaube, Tanzverbot hatte mehr. Der Mann wieder, war ja klar. Ja, weil Männer einfach Entertainender sind. Ich habe ein Video gesehen von ihm, wo ein Fan nach einem Foto mit ihm fragt und er sagt Tanzverbot so, jo, gerne. Dann sieht er aber dieses eiserne Kreuz und dann sagt Tanzi so, ah, nee, doch nicht. Ich könnte es auch verstecken. Nee, ich will jetzt nicht mehr. Das fand ich cool von ihm. Ja, warte mal. Aber auf sich gegenseitig reagieren, geht das irgendwie? Ja, das nennen wir ein Stream-Telefonie, das habe ich erfunden. Echt? Und nicht Dion. Witz, okay. Witzig. Das wollte ich nicht mehr sagen. Asmongold. Ich gucke die immer nicht, deswegen kenne ich diese Namen nicht. Wo ist denn dein Name? Da, Asmongold. Ach so, ich habe das hier oben gesehen. Das ist so ein auch sehr großer Streamer, der aber so einen richtigen Trash-Faktor hat. Der hat auch eine schlechte Kamera und sitzt halt immer nur in seinem T-Shirt da mit seinen langen, ungekämmten Haaren und so. So fängt es an, Robin. Der ist halt sehr, sehr groß. Da fängt nichts an, da geht, wenn dann was zerneige. Aber der sitzt halt bei sich zu Hause und das ist ein offenes Geheimnis, dass seine Bude nicht so sauber ist. Und es gibt halt so einen Clip, wie einfach so eine Kakerlake an seinem Körper so hoch läuft und er nimmt die einfach so in der Hand und nimmt die so und tut die so zur Seite, als hätte er das schon tausendmal gemacht. Da war auch gestern ein Instagram-Mobil zugeschickt von irgendeiner japanischen Nicht-Witwe. Sie hat sich halten lassen, oder? Er hat sich, der Mann hat sich halten lassen und die Küche sah aus, Alter. Da war echt alles so stark, ganz viel Müllberge, alles war verschimmelt und so. Die lief auch Kakerlaken und spinnen schon rum. Die meinte, ich koche gerne und hat dann so eine Auflaufform rausgeholt. Ich weiß, was du meinst, die hat sich nicht scheiden lassen. Der Mann ist, ach doch, der Mann nicht gestorben. Es war so, dass der Mann sich getrennt hat und für sie war das ein großes Ding, weil eine gescheiterte Ehe ist quasi, das ist ganz schamvoll. Und schabenvoll auch. Schabenvoll auch, ja. Ja, und dann hat sie dann so eine Auflaufform rausgeholt und meinte, ich kann jetzt den schönen Küche machen. Und ich dachte so, ach, das ist eklig. Nie im Leben noch, der Herz war so verschimmelt. Meine Lieblingspfanne hier. Oh, der Herz war verschimmelt. Aber irgendwie war trotzdem beim Waschbecken, war halt so frisches Geschirr gestapelt, so wie frisch aufgewaschen. Das fand ich irgendwie witzig. Das war für das Kamerateam, die haben gerade Kaffee und Kuchen erst mal gehabt. Oh, nee, Alter, das ist ekelhaft. Ja, aber wenn er so groß ist, kann er sich nicht irgendwie meine Putzkraft leisten, wenn er es nicht selbst hinkriegt irgendwie. Kraftlich nicht. Nee, du musst ja Leute reinlassen, das ist ja eh. Er scheint Menschen zu geben, denen echt so alles egal ist. Die haben wahrscheinlich trotzdem so hunderttausende Follower bei Twitch und Zuschauende und kaufen sich aber trotzdem ausfordert keine bessere Kamera, kein Mikrofon, räumen nicht auf, putzen nicht. Obwohl die ja davon leben könnten und Zeit hätten aufzuräumen. Aber wer weiß, was da dahinter steckt, ob da irgendwie was Psychisches drin ist, ob irgendwie, weiß ich nicht, krank ist, weiß man ja auch nicht. Ich weiß, wer krank ist. Prinz, ich sag immer noch Prinz, König Charles hat nämlich Krebs und das hat wirklich die Welt gerade die letzten zehn Tage so was von in Atem gehalten. Ist es die Prostata, ist es nicht die Prostata? Er sagt nein. Mad-Eye und ich, wir haben uns da ganz schön reingesteigert, denn er hat angefangen halt ironisch diese Updates zu posten von irgendwelchen Trecks Klatschpressen, weil es mir doch scheißegal, ob da so ein alter Typ Krebs hat. Das ist jetzt erstmal eine kontroverse Aussage aus dem Kontext, aber das ist einfach nur ein Typ. Das ist einfach ein alter Mann und der hat eine Krankheit, die viele alte Männer haben. Das ist ein Scheißkrankheit, Krebs ist scheiße. Das ist nicht irgendwie anders, das ist nicht irgendein Mann. Es ist ein alter Mann, Alter. Es ist ein alter Mann, der krank ist. Das ist halt ein stinkreicher Blaublüter. Ja, und gerade deswegen sollte es uns noch egaler sein. Und damit wir den nicht noch irgendwie legitimieren mit seiner Scheiße. Nee, es gibt doch so Personen des öffentlichen Lebens und er wollte eine Prunkschlosser, hat was zu sagen. Er hat überhaupt nichts zu sagen. Das ist dann schon nochmal eine Nachricht mehr, als wenn ins Oma Gerda... Nein, es ist nicht... Alter, ich hole gleich die ganzen Dinger raus, die da... Ich hole sie raus, Alter. Ich lese dir die Headlines vor, was die Gala und so... Es gibt bei der Gala, das wusste ich nicht, das ist eine ganz neue Welt, die sich da aufgetan hat für mich, ja. Es gibt bei der Gala eine eigene Rubrik, einen eigenen Reiter oben, wo du Royals andrücken kannst, wo du nur Nachricht über die Royals... Ich kotze, Alter. Und dann gibt es irgendwelche palastnahe Korrespondenten, die irgendwelche Expertisen da haben, die leben davon. Ja, kam mit nach und so. Alter, und ich denke mir, Leute lesen das unironisch den ganzen Tag. Was ist falsch mit euch? Na, die gehen in den Einkaufsladen und gucken dann bei den Magazine und sehen dann irgendwie hier Camilla, ähm, bittere Tränen beichte und dann kommt irgendwie im Text nur raus, dass sie irgendwie gerne Erdbeerkuchen isst. König Charles ist wieder zurück auf seinem Landsitz. Who the fuck cares, Alter? Es ist zu viel, ja, das ist doch keine Frage, es ist zu viel, es ist uninteressant für die allermeisten. Harry und Charles, neue Details zum Treffen. Ist Camilla das Problem? Weil Harry war nämlich nur 45 Minuten da und da gibt es dann palastnahe Korrespondenz und er vermutet dann, dass Harry, dass der natürlich da ist und der will ja damit eigentlich nichts zu tun haben und der war nur da, um irgendwie gut dazustehen, weißt du? Dass der seinen Vater auch besucht oder ist das überhaupt sein Vater oder sein Opa, was weiß ich, ist mir auch scheißegal, ist mir völlig ritze. Und, ja, aber der war dann nur 45 Minuten da, weil dann ein anderer Experte sagt, na, der ist halt eine hohe Belastung für den König, das kann der gerade nicht gebrauchen, das ist ein Stressfaktor, wenn dann Harry da ist. Und, Alter, es ist wirklich, es ist so finster. So berichten mehrere britische Medien, Charles' jüngster Sohn habe nicht mit Camilla zusammen in einem Raum sein wollen. Who the fuck cares, Alter? Und es stimmt meistens auch überhaupt nicht, ne? Es sind manchmal auch völlig widersprüchliche Schlagzeilen. Fürst Alba, der Zweite, schickt Genesungswünsche für König Charles III. Ist ja schön, dass er das macht, aber das ist doch keine Schlagzeile. Who the fuck cares? Naja, vielleicht politisch schon ein bisschen, ne? Nein, gar nicht. Prinz Harry bekam nur eine halbe Stunde mit Charles, weil der ein Stressfaktor ist. Es ist der Wahnsinn. Doch, doch nur eine halbe Stunde jetzt, nicht 45 Minuten. Es ist der absolute Wahnsinn, ja. Ich habe aber sowas gelesen von, dass Prinz Harry überhaupt da war, war schon ein Zeichen dafür, dass es sehr ernst sein muss. Who the fuck cares? Das ist so hart, Alter. Hier, König Charles III. Insider packt aus. Das passiert, wenn der König stirbt. Wow. Das ist spannend. Nein. Das will ich wissen. Nein. Prinz Harry wird bereits im Mai wieder in London erwartet. Das sind alles Überschriften. Die Leute lesen und sich dann entscheiden, da drücke ich drauf, da will ich wirklich alle Insides zu. Ja. Ich erschieße mich gleich. Ich finde es ja auch langweilig, aber ich finde es schon fast gerechtfertigter als manch andere Schlagzeilen, von mir aus. Royal Experte über die Krebsdiagnose. Wir wollen den Thronfolger William nicht zu früh mit der Bürde des Amtes belasten. Halt's Maul, Alter. Es war immer so, als wüssten die alles und als wären die so mega empathisch und müssten ja die beschützen, die Royals und so und es wäre alles so Drama. Dabei kacken die auch jeden Morgen, weißt du, und abends. Die sollen ihr Maul halten, Alter, Drecksmonarchie. Verpisst dich. Ja, es ist alles dumm. So, jetzt habe ich genug gewendet. Die Briten mögen das, die wollen das behalten, das ist Tradition irgendwie. Ich finde es ja auch alles albern. Und viel zu viel Geld und alles, das sehe ich ja auch alles ein. Viel zu viel Geld ist auch reingeflossen in den Superbowl, der natürlich war. Hat nicht die evangelische Kirche oder so gespendet an die... Keine Ahnung, aber du weißt, was der Superbowl ist? Na, es ist ein Sportevent auf jeden Fall. Was für Sport? Entweder Football oder Baseball. Wir sagen einfach mal, es war Wrestling, weil dann interessiert es dich mehr. Oh, wow. Wer war da? Endfinale im Wrestling. Undertaker gegen Steve Austin, ja. Ja, und es war der erste Superbowl. Alter, mir juckt so hart die Nase, ne? Es war der erste Superbowl, der komplett durch erneuerbare Energien gepowert wurde. Das ist ja immerhin etwas, ja. Too little, too late, aber egal. Und das war ja dieses ganze Event, wo sich diese Taylor Swift Scheiße drum herumgedreht hat. Oder alle hatten die Angst, dass wenn die Mannschaft ihres Partners gewinnt, dass sie ein Statement macht... Dass sie dann diese Bühne nutzen, um sich zu verloben und dann noch, warum auch immer, Joe Biden zu, ähm, zu, wie sagen die? Weiß ich nicht, halt empfehlen. Ja. Wie sagt man denn? Endorsen. Genau. Ja. So, und das ist zur Hälfte passiert, denn tatsächlich hat die Mannschaft gewonnen. Ich weiß gar nicht, bei welcher Mannschaft er ist, aber die Gegner sind San Francisco gewesen, das weiß ich. Und das ist insofern witzig, weil San Francisco bei den Konservativen die verhasteste Stadt überhaupt ist, weil, ja, hier die Neumodernen und die Hippies und, äh, und die sind alle so, äh, ekelhaft so. Und jetzt sind die ganzen Leute aber für San Francisco gewesen, nur damit die Mannschaft, wo der Freund von Taylor Swift, weil der einen Deal mit Pfizer hat, nicht gewinnt. Ey, das ist wirklich das nächste Ding, ein Fass ohne Boden, ein Rattenloch. So, und er hat tatsächlich seine Mannschaft zum Sieg geführt, ja. Und dann wurde das natürlich genutzt von allen, um zu sagen, haha, like we drew it up. Und dann ist Biden damit eingestiegen und hat ein Bild von sich gepostet. Ja, mit so roten Augen oder so. Das Dark-Brandon-Meme ist das, weil anders als der, der super krasse Trump, der mit Muskeln sich postet und das irgendwo ernst meint oder die Leute das ernst meinen, ist Dark-Brandon halt so ein ironisches, wenn, wenn Biden halt mal was Cooles macht oder was Positives, dann so, oh, Dark-Brandon. Oder wenn der mal einen Satz sagt, der so ein Gutscher ist oder so eine Punchline, dann ist es direkt so ein Dark-Brandon-Moment. Und dieses Meme hat er so vor einem Jahr angefangen zu embracen, da ging es auch so, da wurde er gerostet zum Beispiel. Und da hat er gesagt, okay, ich komme damit klar. Und dann setzt er sich eine Sonnenbrille auf. Aber ob Dark-Brandon damit klarkommt, ist die Frage. Ist schon witzig. Ist ganz witzig. Und das hat er halt jetzt auch embraced wieder und hat halt sich selber so dargestellt mit so roten Cyborg-Augen. Und hat auch geschrieben, just how we drew it up, um das zu verspotten, dass die Leute sagen, dass die Regierung den Superbowl riggt, nur um dann Joe Biden irgendwie, ja, große Fragezeichen, wie dem auch sei. Alle haben es natürlich ernst genommen und Jordan Peterson ganz vorne an der Schwitze hat gesagt, das ist dämonisch, weil der ja so böse Augen hat. Verstehe. Das ist wie mit der Antifa, dass die alle Geld kriegen für die Demos. Also so viel Geld hat unser Land überhaupt nicht, um alle zu bezahlen. Das ist so Quatsch. Ihr müsst es euch so vorstellen, das ist so ein bisschen dieses, Scholz hat mal eine Augenklappe und wird für eine Woche cool. Genau. So ungefähr ist das. Und dann würde aber in Deutschland dann jemand kommen, oh, guck mal, das ist ja ein, Piraten sind gefährlich, das sind Brandschatzer. Und so stellt der Herr Scholz sich jetzt dar, das ist ja aber gefährlich. Alles, ganz, ganz schlecht frame. Und das war ja auch so ein Riesending mit Taylor Swift, dass sie irgendwie in aller Munde war und fast mehr über sie berichtet wurde, als über den Superbowl an sich. Aber ich habe jetzt gesehen in einem Beitrag, dass sie gerade mal 54, was, 54 Sekunden zu sehen war. Ja. Es war nicht mal ein Prozent der ganzen Sendezeit. Also eigentlich ist sie überhaupt total nichtig gewesen bei der ganzen Geschichte. Ja, wie gesagt, es ging auch darum, dass ihr Freund da halt mitspielt. Deswegen war sie da überhaupt so in diesem ganzen Ding drin. Und da gab es auch noch ein Meme, wie ihr Freund wohl den Coach angeschrien hat, also angebrüllt hat. Das fand ich ganz witzig. Ja. Also ich fand es ein bisschen traurig auch, weil ich finde sowas immer nicht schön, wenn jemand angeschrien wird. Aber das Bild war lustig, weil er, du siehst ja, diesen Brüllberger, ja, ich weiß gar nicht, wie der Freund von Taylor Swift heißt. Dann hat er diesen Coach, wie er so eine Cappy trägt, so Sachen in der Hand hat und hat so ein Mikrofon hier ans Ohr angeschlossen und hat halt so die Augen zu, von wegen so, sollte seine Frau ihn schon wieder anschreien. So, oh ja, Martha, ist gut. Das fand ich ganz witzig. Ich habe gerade entdeckt, ich habe das Allerwichtigste vergessen, vorhin bei diesem Ding von Asimond Gold, der seine Kakerlake so, sein Haus hier so zur Seite legt. Ich habe in Folge dessen erfahren, dass der eine Dead Red Alarm Clock hatte, von der er berichtet hat. Und zwar, in seiner abgeranzten Bude hatte er eine Stelle, wo eine tote Ratte lag. Und morgens hat da die Sonne drauf geschienen und dann hat die angefangen mit Stinken und deswegen ist er wach geworden. Ach schön. Und das ist, deswegen wollte ich das eigentlich reinnehmen, weil ich das so lustig fand. Ist kreativ. Da haben sich die Menschen früher auch mal geweckt in Schönendorf, als es noch keine Wecker gab. Das ist der Hahn des kleinen Mannes. Ist so, ja. Und ein kleiner Mann ist ja nicht Taylor Swift, um nochmal auf die zurückzukommen. Sie ist ja immer noch im Rechtsstreit mit einem jungen Mann, der ihre Flugdaten trackt. Ach auch. Das Ding ist halt, dass, ja, hat ja Elon Musk glaube ich auch, in verschiedenen Bereichen werden da getrackt. Und es ist wohl so, dass das Flieger allgemein öffentlich sind. Also du kannst eigentlich von jedem Menschen, der in der Luft fliegt mit einem Flugzeug, kannst du die Daten einsehen. Und dieser Typ hat das wohl irgendwie programmiert, dass du es einfach sehen kannst. Du kannst immer gucken, wo Taylor Swift gerade lang fliegt. Dagegen geht sie gerade vor, gegen einen Informatik-Studenten aus Florida. Wie finden wir das? Sie droht mit Anwälten. Ich muss sagen, auf der einen Seite muss sie das irgendwie ertragen, weil sie ist ja Multi-Billardärin. Wie gesagt, das sind öffentliche Daten. Er macht die halt quasi nur, dass sie speziell herausgestellt wird. Ist schon auf jeden Fall creepy und hat ein Geschmäckle, aber ich finde, das ist völlig legitim, wenn das öffentliche Daten sind. Gerade wenn wir die große Debatte haben um Klima. Und da möchte ich nämlich anschließen an dieses Meme, was hier gerade dazu passt. Alle Flieger, die vom Superbowl wegfliegen, während der arme kleine Mann aus Papierstrohhalmen fliegt. Das ist ja alles richtig. Das ist der Top-Post diese Woche auf Reddit gewesen. Man sieht hier eine Karte in Las Vegas hat das stattgefunden und in Echtzeit halt getrackt, die ganzen Flieger, die Privatjets, die die Stadt wieder verlassen. Und ja, das natürlich im Verhältnis zu, ich finde es trotzdem gut, dass es keine Plastikstrohhalme gibt, weil man braucht es einfach nicht. Auch wenn Papierstrohhalme nicht so geil sind. Und das steht halt in keinem Verhältnis. Natürlich nicht. Ja, das ist alles sehr schwierig. Ich verstehe auch dann die Frustration von Leuten, wenn sie irgendwie dann über ihre Cola-Flasche wettern, wo dann der Deckel nicht abgeht und so. Meine Güte. Das ist eine Mild-in-Convenience. Ja, genau. Und sehen wir Taylor Swift. Ich muss noch zu Ende ausführen, ich finde es an sich auch blöd, dass man nochmal diesen Fokus drauf setzt, weil das ja auch Stalking irgendwie befeuern kann. Auf der anderen Seite ist sie eine Multi-Billardärin gefühlt und das, glaube ich, das müssen solche Leute auch aushalten. Wie halt Elon Musk und so. Ich denke, das ist ganz okay. Und wir werden auch damit nicht durchkommen mit der Klage. Man hofft's. Dann bleiben wir noch ganz kurz in Amerika, beziehungsweise machen den Cut rüber zu Köln. Da wurde nämlich wieder irgendein Tracks-Karneval gefeiert oder so. Hello, hello, ha, 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 I don't fucking care. Aber da gibt es eine schöne Karikatur von so einem Mr. Donald Trump. Da fahren ja immer so Wägen durch. Und der hat eine Amerika-Fahne hinter sich. Eine Hakenkreuz-Fahne. Und die ist zurecht geschnitten. Der hat eine Schere in der Hand. Und ja, die Amerika-Fahne sieht halt aus wie ein Hakenkreuz. Das finde ich eine sehr schöne Karikatur. Und da habe ich dann Amerikaner dazu kommentieren sehen. Und sie haben gesagt, das ist natürlich sehr schade, dass Deutschland in dem Fall oder halt die andere Welt, die nicht Amerika ist, nicht die Vereinigten Staaten uns so sieht. Aber das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Da gab es wohl einige lustige Wegen, aber ich finde, es juckt mich nicht. Ja, ihr könnt auch euren Spaß haben, euren Fasching, wie es auch bei mir im Stream gesagt hat. Da ging es um Israel. Ich muss übrigens jetzt hier diese Bühne nochmal nutzen. Es gab ganz kurz, gab es ein Posting in der Oase, wo jemand von einem Bot oder von einer echten Frau irgendwie, das war so aus Müsse. Das ist das Gleiche, oder? Ja, es ist alles das Gleiche. Frauen sind eh, haben kein Gehirn, die fallen sich wie Roboter. Und die hatte Free Palestine in der Bio stehen. Und dann wurde dazu geschrieben, Free Palestine ist ein Ick, also so ein Abtörner. Und ja, ich hatte in dem Moment keinen Bock, darüber zu diskutieren. Aber ich finde, also ich sage mal so, ich finde, nein, Ick ist halt so ein Abtörner, einfach so eine Red Flag sozusagen. Also Red Flag ist vielleicht ein bisschen zu hart, zu stark ausgedrückt. So eher so ein, äh. Ja, ich hatte keinen Bock, das zu diskutieren, aber also trotzdem nochmal erwähnen, ja, auch wenn, auch mittlerweile kümmert es ja wieder keinen mehr. Aber irgendwie, ich glaube, 35.000 Tote mittlerweile Palästinenser und davon, weiß ich nicht, 95 Prozent irgendwelche unschuldigen Zivilisten. Unschuldig, ne, da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, dieses Free Palestine wurde eher gekapert noch von Hamas-Leuten. Und ich glaube schon, dass viele Leute das sagen und die meinen damit nicht die Auslöschung von Israel. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass das jetzt dadurch untergeht. Weil, also wie viele Leute verrecken da gerade, die nichts dafür können, so was, will ich zumindest noch nicht. Ja, dann heißt es ja auch, also dann ist es ja auch so, dass die Hamas ja auch ihre Bevölkerung ja auch als Schutzschilde nimmt. Und das darf man auch nicht vergessen und so. Es ist kompliziert, sicherlich machen beide Seiten irgendwie Sachen, die nicht in Ordnung sind. Ich finde es auch alles ganz, ganz schwierig. Beim ESC, ja, Eurovision Song Contest, der dieses Jahr ist. Gibt es auch Artists, die gerade irgendwie sagen, dass man Israel ausschließen sollte aus dem Wettbewerb, wenn man es ja auch mit Russland gemacht hätte. Den vergleiche ich jetzt nicht ganz so, aber das ist auf jeden Fall auch gerade ein kontroverses Thema und es kann passieren. Aber ich glaube es fast nicht, dass die Israel ausschließen. Ich habe keine Furcht. Ich mache jetzt so einen großen Israelkritiker. Aber wenn wir diesen Vergleich jetzt schon aufmachen, sehe ich schon bei dieser Russland-Sache eher so ein, wir wollen das Land. Und bei Israel geht es halt wirklich eher darum, um fast ein Genozid. Also wir wollen ja eher gezielt jetzt diese Leute da so, oder? Na, die Hamas halt. Ich glaube, die wollen die Terroristen auslösen. Aber dafür werden ganz schön viele Krankenhäuser und Schulen und so weggebombt. Naja, ich weiß es ja alles nicht. Aber es heißt dann ja auch immer, dass die Hamas sich wo auch verstecken würden in solchen Krankenhäusern und so. Und dann gibt es irgendwelche Tunnel und unter den Sachen und so. Ja, dann geht da Team Seal Six oder wie sie alle heißen rein. Das ist natürlich scheiße für die. Ja, ich weiß. Das ist scheiße. Das sollte man nicht machen. Und es ist ja auch so ein Kriegschlub, der auch die Wahrheit zuerst irgendwie, in dem man weiß nicht, was alles stimmt und ist alles sehr schwierig. Und ich finde ja auch, dass man, und das sehen übrigens auch Menschen, jüdische Menschen im Umfeld so, dass man Israel durchaus kritisieren kann, also den Staat, also nicht den Staat, sondern die Regierung kritisieren kann, ohne Antisemit zu sein. Das ist aber nett. Man kann auch gewisse Kriegshandlungen nicht okay finden und so weiter, ohne das zu sein. Das ist alles richtig. Aber man begibt sich auf ganz heißes, ganz dünnes Eis, meine ich. Ganz heißes Eisen. Ja, aber nur wenn man Angst hat auszurutschen, habe ich zum Glück nicht. Ist mir alles egal. I don't care anymore. Aber Too Mad ist gestorben. Wir haben noch einen Nekrolog. Das ist ein YouTuber, glaube ich, gewesen. Das ist nicht das Interessante. Also ja, Rest in Peace und so ist auch irgendein komischer Rapper gestorben. Auch irgendwie erst 24, der war 23. Ja, I don't care, sorry. Was passiert ist, ist auch wieder erschossen worden? Nee, bei ihm ist halt die Sache, dass der im Discord noch online war. Also sein PC war die ganze Zeit an und da stand halt, dass er Overwatch spielt seit Tagen. Und selbst nachdem er gefunden wurde, hat scheinbar keiner den PC ausgemacht. Meulich Stromkosten. Und hinterher, also der wurde halt quasi am fünften Tage gefunden. Und dann ist es aber noch bis Tag 7 weitergegangen, dass der Overwatch spielt, obwohl er längst tot war. Und es war wohl ein Overdose. Ja, die Drogen haben ihn scheinbar dahin gerafft. Ist noch nicht ganz klar. Ich kannte den vorher nicht. Aber dieses Overwatch-Feature ist natürlich eine Meldung wert. Ach ja, irgendein Mensch, der gestorben ist, Robin. Irgendein Mensch. Ja, du sprichst auch nicht über irgendwelche Menschen, die gerade in palästinensischen Krankenhäusern weggebombt werden. Die kenne ich auch nicht. Ja, Too Mad kennst du auch nicht. Nee, eben. Aber die haben halt nicht die lustige Story. Wenn die irgendwie, wenn die Palästinenser jetzt mal ein bisschen Overwatch spielen würden. Wären sie abgelenkt vom Krieg vielleicht, das stimmt. Und wer abgelenkt war von seinen fehlenden Gehirnzellen, das ist ja Kanye West, das wissen wir ja. Und der hat wohl versucht, bei einem Live-Konzert auf dem Festival einen Song von Ozzy Osbourne zu samplen. Wo Ozzy Osbourne in Capslog geschrieben hat, dass das wohl passiert ist. Irgendwie wollte er eine Live-Aufnahme von mir auf einem Festival samplen und ohne meine Erlaubnis und so. Aber einem Antisemiten gebe ich diese Gelegenheit nicht. Er hat so viele Leute einen Herzschmerz bereitet. Und deswegen kann er mich mal so nehmen. Er hat es aber trotzdem gemacht. Genau, ohne zu fragen. Deswegen ist Ozzy Osbourne böse. Ja. Guck doch mal. Schön. Ja, das fand ich ganz spannend. Darauf erstmal eine Fledermaus. Ozzy Osbourne ist im Team nie wieder als jetzt. Ist doch toll. Ja. Das ist so ein fucking zweischneidiges Schwärz. Gehen wir uns so auf den Sack, Alter. Lass uns doch, wenn wir das kritisieren, einfach uns das auf Netanyahu stützen. Also nicht auf die Juden. Es ist ein zweischneidig am Antisemitismus von Kanye West. Nein, nicht das. Nein, nicht das. Aber weißt du, dieses nie wieder ist jetzt ist völlig richtig. Und gerade wenn die Leute hier in Deutschland Angst haben müssen, irgendwie, das kann nicht sein. Aber da steckt halt für viele drin, dass du dann jetzt gar nicht kritisieren kannst. Und das ist halt das Schwierige daran. Was meinst du nicht kritisieren? Meinst du Israel nicht kritisieren? Weil durch diese Israelkritik diese Leute hier fürchten müssen. Und das ist ja so, aber es ist halt ein bisschen kacke. Ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Was einfach ist, ist den Deadpool und Wolverine Trailer zu gucken. Denn ja, Deadpool 3 heißt jetzt scheinbar Deadpool und Wolverine und hat alle Rekorde gesprengt dieses Wochenende, wollte ich sagen, diese Woche. Der wurde veröffentlicht auf mehreren Kanälen, auf dem von Ryan Reynolds persönlich, auf dem Marvel Kanal und so weiter und so fort. Überall mehrere Dutzend Millionen Aufrufe und er hat mich auch richtig gehypt, muss ich sagen. Ich bin ja zur Zeit nicht so viel im Kino und auch die letzten Jahre nicht so viel. Ich habe zuletzt Poor Things gesehen, kann man mal machen. 3,5 von 5. Für viele Leute 5 von 5 Filmen, aber für mich wurde da definitiv zu wenig drin gebumst. Ich habe einfach, also ich hätte gern das 21. Mal den Charme-Bereich von Emma Stone sehen wollen, aber das ist mir leider nicht vergönnt worden. Und deswegen kann ich nur 3,5 geben. Ne, der Film, ich kann ihn für das schätzen, was er ist, kann ich auf jeden Fall genauso wie Hellblade, was ich jetzt endlich mal durchgespielt habe. Es gab es für 2 Euro im Angebot, aber es ist halt einfach nicht mein Spiel und es war nicht hundertprozentig mein Film. Wie dem auch sei, Deadpool und Wolverine. Da habe ich doch schon wieder einen Zucken in der Unterhose, wenn ich das sehe. Denn da ist Humor drin, der mir gefällt. Wolverine, Hugh Jackman, einfach ikonisch. Und Ryan Reynolds, der lebt einfach den Deadpool. Das ist einfach großer Spaß. Und Dune 2 kommt ja auch jetzt raus? Ja. Und du bist ja Fan, ne? Ich bin Fan. Ich habe Dune geguckt, jetzt das erste Mal, vor dem Part, als ich krank war. Aber hast du den richtigen geguckt, den Denis Villeneuve oder hast du den Originalen aus den 80ern geguckt? Ne, jetzt den aktuellen, mit diesem hübschen Schauspieler. Vergiss mal, wie der heißt. Timothy Chalamet. Genau. Und es wird dir nicht gefallen, aber ich fand dir furchtbar langweilig. Furchtbar langweilig. Hat mir nicht gefallen. Deswegen sage ich, das ist einer der Filme, nicht der profitiert von der großen Leinwand, sondern er muss auf der großen Leinwand geguckt werden. Garantiert. Das konntest du vielleicht... Die Bilderwand, wir haben auch keinen kleinen Fernseher, muss man dazu sagen. Ja, aber jetzt stell dir das mal vor, mit dem Sound in einem Riesenkino, wo die Leinwand so riesenbreit und... Na klar, ich fand ja auch die Bilder ganz schön und so. Ich verstehe auch, was du meinst. Der ist super slow. Ja, er fängt... Das ist halt geil. Eben, voll. Und ich wieder, ja, ich bin ja in diesem ganzen Universum nicht drin. Mein erster Gedanke war, huch, Star Wars. Aber ich habe mich belesen, es ist andersrum. Als er Star Wars von Dune abgeguckt hat, so ein bisschen, hat ja auch hier George R.R. Lucas, George, J.J. Rowling, Bill, Goethe, Schiller, genau, hat das ja auch gesagt, dass er sich da bedient hat. Und man merkt es halt ganz toll, ne? Es gibt viele Parallelen und so weiter. Und ich fand es langweilig, wenn wir Teil 2 nicht angucken. Juckt mich nicht. Hart. Außer, dass... Aber du hast ja das Ende dann auch vielleicht noch mitgeschnitten. Also in Teil 2 geht es ja vielleicht erst mal richtig los. Aber ich will ja auch keine Filmreihe gucken, wo es erst losgeht nach drei Stunden. Das ist Worldbuilding. Tito, weißt du, du brauchst immer nur Action, Action, Action. Man kann auch Worldbuilding machen und Action machen. Riesige Sandwürmer. Supergeil. Ja, die sind ja so komischen, so taktlos, so wie über den Sand da gelaufen. Supergeil. Hat mir nicht gefallen. Nackt. Ich finde es okay, es war jetzt auch nicht scheiße. Aber Deadpool? Deadpool 3? Deadpool geil. Deadpool fand ich lustig. Hab ich abgeholt. Deadpool 1 hab ich im Kino gesehen. Deadpool 2 hab ich im Kino gesehen. Deadpool 3 werd ich auch wieder im Kino sehen. Und ich geh halt wirklich sehr, 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 sehr selten ins Kino. Und das will schon was heißen. Ja, ich bin gehypt. Ohne, ich guck dir den Trailer mal an. Von was jetzt? Von Deadpool. Ja, kann ich gerne machen. Da gibt's eine Szene, da geht er raus und sagt, oh, Pegging ist für mich nichts Neues, aber für Disney schon. Und dann guckt er in die Kamera und macht so diesen... Oh ja, er spricht dritte Wand. Ja. Oder vierte Wand. Vierte Wand, aber ja. Ich wollte gerade noch sagen, ich gucke gerade eine Serie und zwar How to Get Away with Murder. Hast du die mal gesehen? Äh, nee. Aber ich bin da Experte, ich brauch das nicht sehen. Worum geht's da, Robin? Jetzt bist du mal dran. Worum geht's in How to Get Away with Murder? Naja, du nimmst Säure und einen Fass und dann schmeißt du die Leiche da rein. Nee, worum geht's in der Serie? Keine Ahnung. Achso. Also ich dachte auch, das ist halt so eine Serie, die irgendwie voll im Hype war und so, die wollte ich mir immer nicht angucken. Wurde uns jetzt mehrfach empfohlen und die ist spannend. Ich komme noch nicht ganz klar mit den Handlungsstrengen, die gehen mir alle zu schnell, weil da geht's halt um eine Anwältin, die auch Dozentin ist und die hat halt so fünf Lieblingsstudenten und die machen halt so eine Gruppe auf und lösen Fälle und so vor Gericht. Aber irgendwie geht's halt Schlag auf Schlag. Eigentlich, wenn du irgendwie, wenn ein Klient zu dir oder eine Klientin zu dir kommt und du musst einen Fall aufrollen und es geht vor Gericht, das dauert auch manchmal monatelang, ehe da was passiert, da ist es gefühlt so, die kommen vormittags irgendwie zu dieser Miskin, zur Anwältin und die sagt, wir boxen dich raus. Am Nachmittag ist dann schon die Verhandlung und der Freispruch, weißt du? Klingt, als würdest du einfach nur Barbara Salas gucken. Ja, ist so, ist ein bisschen so. Es geht alles sehr schnell, aber ab Folge 3 spätestens willst du nicht mehr aufhören, weil es trotzdem spannend erzählt ist, du trotzdem wissen willst, wer hat jetzt wen umgebracht und wer steckt denn da jetzt dahinter und so. Es gibt so viele Plottwists und so, auch wenn es nicht ganz realistisch, glaube ich, ist. Ich kann dir sagen, wer wen umgebracht hat, nämlich der Jemen Homosexuelle. 13 Stück wurden umgebracht, weil sie homosexuell sind. Cool, oder? Dafür gab es in Griechenland jetzt die Ehe für alle. Okay, pass auf, ich one-upe dich jetzt. Japan ist abgerutscht, weil die haben eine Recession jetzt und deswegen ist Deutschland jetzt auf Platz 3 der weltweiten Ökonomien. Amp, Amp, Amp. Ja. Das heißt auch immer, dass die Ampel unsere Wirtschaft vor die Wand fährt. Ich sehe es. Ehe für alle jedenfalls in Griechenland ist, was steht hier, als erstes christlich-orthodoxes Land wird die Ehe für alle als Adoptionsrecht eingeführt, für gleichgeschlechtliche Paare. Und zwar das Parlament in Athen votierte mit 176 Ja-Stimmen bei 76 Gegenstimmen. Also schon eindeutig. Geil. Voll schön. Ja, aber die haben es da erfunden. Die Griechen mit ihren Ficksklaven da, mit ihren kleinen Lustknappen. Die kennst du ja schon von klein auf. Ja. Und ich habe, als ich jetzt krank war, mich vor Langeweile wieder mit einem schwulen AfD-Fan gekloppt, verbal. Der nennt sich irgendwie bei, ich sage jetzt keinen Namen, aber er hat im Profil so was stehen wie Pride, Gay and White-Wing, irgendwie sowas, ne. Und er hat dann so ein Meme gepostet, wo er halt zeigt, wie es homosexuellen geht bei der NPD und so. Und dann sind es halt richtig eklige, so Schwule. Dann bei den Grünen. Richtig eklige Schwule hast du gerade gesagt? Ja, also wird dazu dargestellt, ne. Irgendwelche Nazi-Schwulen und so. Es geht gar nicht mehr. Nazi-Schwule. Pass auf. Es wird richtig gefährlich hier in Deutschland. Dann Bild 2 ist Schwule unter den Grünen, wo halt so halbnackte Menschen da rumlaufen auf dem CSD, wird immer gerne rausgesucht und Regenbogenfamilien unter der AfD, die sie glücklich Händchen halten bei einem Regenbogen und ein Kind adoptieren. Und da hat er dazu geschrieben, homosexuellen geht es nur gut unter der AfD, denn die kämpfen für schwule Rechte. Bei der AfD gibt es nur echte Regenbögen. Das ist nämlich der Punkt. Okay. Nicht? Weiß ich nicht, verstehe ich jetzt nicht. Naja, ich dachte, da ist halt dann keine Fahne, sondern ein tatsächlicher Regenbogen. Oh ja, gut. Das stimmt. Nee, aber jedenfalls macht der ein Framing, dass es unter der AfD halt den Schwulen oder den queeren Leuten am besten geht. Und da habe ich ihm echt so zehn Screenshots geschickt von Wahlprogrammen, wo drin steht, wir lehnen die Ehe für alle ab und das gleichgeschlechtliche Adoptionsrecht. Ja, das stimmt so nicht. Das war vielleicht nur ein Kreisverband und die sprechen nicht für alle. Und die meinen ja nicht das Adoptionsrecht allgemein, sondern nur ein Teil davon, was nicht stimmt. Und da habe ich jetzt einfach mal Stefan Brandner, hier von der AfD, im Bundestag einfach eine Nachricht geschickt. Hallo Herr Brandner, ich wollte es gerne wissen, setzen Sie sich denn für ein generelles Adoptionsrecht für Homosexuelle ein? Es kam die Antwort, nein, wir nehmen das ab. Habe ich gescreenshottet, wollte es ihm schicken, dem Typen, der hat mich blockiert. Deswegen auf diesem Wege, falls du mich stalkst und Podcast hörst, die AfD ist gegen das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Das ist diese kognitive Dissonanz, Tino. Man möchte dieses Gefühl von, ich stehe für etwas, aber es gibt Sachen, die dagegen sprechen. Das könnte für mich ein schmerzliches Gefühl erzeugen, das möchte man umgehen. Und das wurde durch diesen Blog gemacht. Aber ich möchte nochmal hervorheben, dass du gesagt hast, dass das passiert ist, weil du Langeweile hattest. Wenn ich Langeweile habe, diskutiere ich mit AfD-Wählern. Ist witzig, macht Spaß. Und was aber keinen Spaß macht, noch ganz zum Schluss, bevor wir zum Ende kommen, die Hotchip-Challenge ist vorbei. Jetzt gibt es die, wie nennt es sich, Salt-Chip-Challenge. Das ist ein grüner Chip, wie du hier sehen kannst. Klingt gesund. Und er hat so viel Salz in sich drin, wenn du das isst, da bist du quasi ausgetrocknet. Und das essen jetzt gerade Jugendliche bei TikTok. Ja. Macht das nicht. Deswegen sieht die Bevölkerungspyramide so aus. Deswegen ist das so ein Bevölkerungseimer mittlerweile. Ist so. Der giftgrüne Chip enthält 40% Salz und kann zu Brechreiz und Kopfschmerzen führen. Für Kinder kann der Verzehr lebensgefährlich sein. Ja. Und eine Packung kostet 14,99. Also liebe Leute, nicht essen. Noch nie so billig gestorben. Ja. Nur der Tod erst mal. Ja. Aber die Beerdigung ist da noch nicht mehr drin. Und Elon Musk deutet wohl an, dass er Disney kaufen möchte. Mach. Bitte mach. Bin gespannt. X-Nay hat es dann. Es ist noch nie irgendwie schlecht ausgegangen, wenn Elon Musk irgendwas gekauft hat. Apropos, wenn du das gerade ansprichst, hat es mir nicht aufgeschrieben, aber der Cybertruck, der rostet, wenn der ein paar Tage im Regen steht. Großartig, oder? Das ist schlecht. Auch der hat so spezielle Radkappen, die den Reifen zerschuppern und so. Also es ist schon mehr Meme als Dream, das Ganze. Aber immer Geld rein. Immer Geld rein. Keine Kompetenz. Cool. Das war das. Was geht mal der Woche? Das ist für mich ein bisschen schwer zu sagen, weil da so zwei Wochen ineinander geflossen sind. Ja, das stimmt. Aber mit Nawalny und so, um den zu ehren. Und guck mal, MyLab ist wieder da. Waui. Und die macht Dinge und Superbowl. Und guck mal. Also wenn durch Köln eine große Figur mit einem Hakenkreuz läuft, dann ist das schon... So jedes Jahr so gefühlt. Das ist doch schon eine Meldung wert. Es ist jedes Jahr so, dass Hakenkreuze und Hitlervergleiche sind. Das ist nichts Neues beim Karneval. Ja, aber das war doch jetzt nur, weil das aus dem Papier so witzig klingt. Das ist eine Figur mit einem Egal. Also bist du bei einer 7? Bist du schon? Ja, mit Taka. Ich habe vergessen, auch hier die nette Luisa Yu zu erwähnen. Die ist relativ alt. Ich weiß gar nicht genau, wie alt. Die hat es geschafft, alle Länder der Welt zu bereisen und hat Serbien als letztes aufgehoben. Was wahrscheinlich heißt, das Schlimmste zuletzt oder so. Kann ich jetzt echt belegen, dass sie echt normal war? Ich kann das belegen, ja. War die echt in jedem Scheißland? Luxemburg und so. Die war in jedem Scheißland. Die ist halt auch mittlerweile sehr alt. Und anders, als man denken würde, die ist nicht irgendwie reich geboren oder so, sondern die hat halt irgendwie extrem viel gearbeitet und hat dann quasi Frührentnertum gemacht und ist dann einfach nur umgereist. Aber Taylor Swift ist eine Umweltsau und die Oma nicht, ja. Die ist gelaufen, lass die. Achso, die ist gelaufen. Ja, uns wurde noch ein rechter Podcast von TikTok genommen. Ich wollte jetzt eine Zahl sagen. Wollte auch ganz kurz dazu sagen, Hoss und Hopf sind von TikTok verbannt worden. Irgendwie so ein rechter Podcast noch zur Vollständigkeit. Wahrscheinlich von Boss Hoss. Oh, die finde ich auch ganz schlimm. Sieben? Ja. Sieben Punkte, bist dabei? Gebe ich. Deine sieben. Oder auch ein Song für die Playlist, die immer mehr wächst, liebe Leute. Brennholz-Untermusik bei Spotify ist auch verlinkt bei YouTube inzwischen. Ja, muss ich kurz mal einen rein überlegen, aber ja. Ich habe schon einen Song und zwar habe ich, ich habe ein Video gesehen von Marc Benecke, wie er auf einem CSD in Köln war, glaube ich, und da hat Revolverheld gespielt. Ekelhaft. Das ist ja so eine Band, die ist ja eher so ein bisschen langweilig. Ich finde die Musik eigentlich gar nicht schlecht. Es singt ganz schön und so und es hat schon Hand und Fuß. Aber ich muss es mir jetzt nicht privat anhören. Wenn du Revolverheld reinmachst, dann lösche ich die Liste. Sie haben einen Song gemacht, die haben sich jetzt nämlich neu erfunden und die machen jetzt Scream-Elemente in ihre Texte rein, die schreien jetzt quasi. Ja, macht schlimmer. Und haben jetzt ihre aktuellen Songs noch nicht veröffentlicht, nur live gespielt, noch nicht auf Spotify geladen und so weiter. Und möchte echt von denen, die haben einen Cover gemacht von Orlain and Dance und haben das aber politisch aufgeladen mit irgendwie gegen rechts und so und gegen Diskriminierung und machen da echt Schreimusik draus. Und das ist mein Song der Woche Orlain and Dance von Revolverheld. Ja, passend, dass ich diese Band gerne diskriminieren möchte, aber gönn dir mal. Ich würde von Star Sailor Way To Four mir wünschen, weil das wenigstens was Gutes ist. Das ist der Outro-Song, der Credit-Song von Metal Gear Solid 3. Da kommt ja auch bald ein Remake und da geht es um Militär und das ist viel besser als Revolverheld. Von mir aus. Der wahre Revolverheld spielt nämlich da eine Rolle und das ist Revolver-Ocelot. Das ist für mich okay, wenn das deine Meinung ist. Gut. Dann, Leute. Dann wascht euch, rasiert euch. Robin steht jetzt auch sehr toll. Ich bin frisch rasiert. Halbwegs. Drei Tage wart. Ne, wahrscheinlich fünf Tage wart. Ich weiß es gar nicht. Ne, vier. Egal. Halt's Maul. Verpisst dich jetzt. Also, Leute. Wascht euch. Es war mir ein Fest. Investiert in Krypto. Also, ja, der Bitcoin ist wieder über 50.000. Let's go. Das ist bestimmt eine Sache, die wird der Erde viel helfen noch in der Zukunft. Dann auf, wie geht's sie. Viel Spaß beim Podcast hören, beim Wiederholen. Am besten nochmal hören jetzt. Luisa, Jonas, aufstehen. Es war Zeit. Ich schmeiß jetzt erstmal einen PC an und lass den in Ruhe meinen im Hintergrund. Mich geht's pennen. Gut. Geil. Tschüss. Tschüss. Tschüss.